Digitalisierung und soziale Arbeit gleich Ausgrenzung. Bei mir in der Sozialhilfe erlebe ich täglich, dass Formulare und Informationen nur online beschafft werden können und meine Klienten haben häufig Mühe, diese Formulare zu beschaffen bzw. auszufüllen. Das gleiche sehe ich im Bewerbungsprozess, der einen grossen Teil unserer Arbeit einnimmt, dass für jede Hilfsarbeitsstelle eine Online-Bewerbung gefordert ist und dass die Klienten enorm Mühe haben, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und darum ist für mich Digitalisierung auch ein Teil Ausgrenzung. Musik